Drahthörl ist das führende Unternehmen in der Region Nürnberg im Zaun- und Torbau. Wir bieten ein umfangreiches Angebot an Zaunmaterial im üppig ausgestatteten Materiallager in Neunkirchen am Sand. Bei unserer großen Materialauswahl finden auch Sie das passende. Oder schauen Sie nach elektronisch gesteuerten Schiebetoren, Schranken, Drehkreuzanlagen und Speedgates sowie Rollen- und Flügeltoren. Erfahrene Spezialisten beraten Sie individuell und sorgen für Maßanfertigungen. Drahthörl – Ihr Zaunprofi seit 1970.